Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Wir essen mal wieder was, Mahlzeit. Da wir auch genügend Ananas haben, fude ich die beiden hier auch gleich weg. Dann haben wir auch ein bisschen Wasser und so weiter, das ist nicht so schlecht. Da braten wir wieder uns was Tolles. Mal was trinken wir auch nicht schlecht. Klug, klug. Und so, und zack, und zack. Gut, wie schaut es mir die Sammlernetze aus? Ja, da fehlt es noch an allem, oder am meisten, oder wie auch immer. Da fehlt es halt noch. So, ich hoffe, dass wir das Festlein bekommen. Ja, das schaut okay aus. Das dürfte uns ins Netz gehen, passt. Das heißt, das nächste Sammlernetz steht schon mal für uns bereit. Ich würde sagen, das klatsche ich hier hin. So, das ist dann schon mal eine ganz gute Basis, glaube ich. Äh, Mango. Ich sehe gerade, die Mango ist fertig. Kann man die einzeln pflücken, wird nicht gehen, ne? Na. Dann muss man die schon niederkloppen. Dann machen wir das mal. Dann kriegen wir auch Balmblätter und Planken, was ich eh brauche. Sehr gut. So, auch ein Mango-Samen war dabei. Das ist hervorragend. Den pflanzen wir auch gleich wieder. So, die können wir gleich essen. Und jetzt ist die Frage, ist das Süßwasser? Na, das war glumpert. So. Jetzt haben wir es. Ein Fässchen. Sehr gut. Äh, ich habe mal Zalzwasser gesoffen. Prost. Was willst du denn? Geh weg. Du Viech. So. Wachsen, wachsen, wachsen. Hier können wir wieder ernten. Ich sehe gerade einen Fassel. Ein Fassel. Na, würdest du? Danke. Ui. Ja, boah, Glück gehabt. Das war jetzt reines Glück. Da haben wir noch eins. Hui. So. Okay. Ah, dann essen wir noch eine Mango, würde ich sagen. Ach, können wir die gleich alle wegfressen. Ein bisschen Vitamine schaden uns eh nicht. So. Wir haben einen Nagel. Den tue ich mal kurz weg. Wir haben noch ein bisschen Schrot. Ein paar Seile, könnte ich schon mal bauen. So, haben wir noch ein Sammlernetz? Ja, ist ja eh wurscht. Das platziere ich noch hier hin. Ich hoffe, das funktioniert. Dass der hinkriegt, glaube ich, nicht. So, ohne weiteres. Da müsste ich hin segeln. Ja, das wird passen. Jawohl. Habe ich es? Ja. Passt. Das müsste theoretisch passen. Super. Da ist schon wieder so ein Zaufich. Alter. Da macht es mich schon wieder kaputt. Scheiße. Ah, dafür geht jetzt hier der Anker. Ja, Daumen hoch. Kann man nur so sagen. Alles klar. Ja, gut. Gut. Nicht beschweren. Besser als nix. So. Gut. Wie schauen wir aus? Wir sind am Überleben. Das passt. Wir schauen nicht so schlecht aus. Ich wollte jetzt mal eine Angel wieder bauen. Ein bisschen frischer Fisch auf dem Tisch. Wäre nicht so schlecht. Was willst du denn? Dusche wieder. Geschuhe. Ich weiß, wir haben irgendwo einen Bolzen. War der jetzt hier oder da? Da. Dann brauche ich noch mehr Seile. Entschuldigung, da muss ich noch mal husten. Mehr Seile. Habe ich noch irgendwo was übrig? Da drüben noch was? Nein. Jawohl, doch Seile. Hier. Weil ich möchte gerne mal die Metallangel probieren. Ah, da hinten wäre ein Floß. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Äh. Würdest du? Danke. Hoffentlich kriege ich das. Ich hoffe, dass da Bolzen und Scharniere drin sind. Haben wir hier das eigentlich schon, ja, das haben wir sogar erforscht. Die Nägel auch. Ja. Scharniere auch. Tatsächlich, ich bin begeistert. Den Eimer brauche ich erforschen. Echt? Halt. Warte. Geht nicht zum Erforschen. So was gemeint, oder? Ja. Gut. Die Richtung stimmt. Das ist sehr gut. Und die Metallangel werden wir dann als nächstes mal ausprobieren, würde ich sagen. Habe ich was auf dem Grill? Ja. Passt. Das ist sehr gut. Und, oh, ich sehe schon, da muss ich mich beeilen, wenn wir dann, weil die Kiste ist ganz oben, wie man sieht. La, 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 la. Eine normale Axt geht auch schon. Bolzen und Schrott wird man brauchen. Widerstandsfähiger und schneller als ihr Vorgänger. Na, wir werden mal schauen. Wenn wir hier noch Bolzen kriegen. Können wir es machen. So, wir müssen uns jetzt beeilen, weil das sinkt schon. So. Passt. Jawohl. Wir haben Bolzen bekommen. Und schon schnell. Zack, zack. Weg. Ich möchte halt auch liebend gerne. Ähm. Wo ist Müll? Ich habe gerade keine Ahnung, wo hier Müll ist. Ich tue einfach mal das Segel weg. Ähm. Hier war irgendwo, wo war, hier sind ein paar Rezepte. Da sind ein paar Rezepte. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus, wo überall Rezepte drin sind. Ähm. Rezepte. Da hatte ich doch, waren die hier drin? Hier waren welche drin. Okay. Ähm. Von dem Rezept haben wir schon 20.000. Ob man aus einem Rezept ein Papier irgendwie herstellen könnte? Das wäre cool. Äh. Okay, wir haben jetzt einen Haufen Bolzen. Das heißt, ich darf mir erlauben, diese Axt zu bauen. Und ich werde mir auch noch zusätzlich gleich einen zweiten Speer bauen. Oh, der eine Speer ist eh schon hin. Passt. Dann war das kein zweiter Speer, dann war das der Speer. Ähm. Einfacher Bogen, den werde ich mir auch herstellen. Der braucht gar keinen Heckuhl. Ah, Steinpfeil und einfacher Bogen. Aha, der braucht das Klumpert. Wo hatte ich das denn jetzt? Da hatte ich schon mal so einen Schleim. Ich glaube, nur ein Stück, oder? Oder habe ich mich getäuscht und ich hatte doch keinen? Da, nur ein. Bäh. Warum braucht man für den Bogen so einen Dreck? Kletterpflanzenklipper. Das heißt, man kann den wo ernten, ne? Das heißt, es wäre mal schön. Hm. Eine Insel zu finden, ne? Der Haken braucht Schrott. Das wäre auch das geringere Übel. Aber wir haben keine Bolzen mehr. Oder fast keine. Ähm. Okay. Dann würde ich... Warte. Würde ich sagen, ich glaube, dass mal hier rein... Die behalte ich vielleicht. Was willst du denn? Dusche wieder. Schuh. Oh mein Gott. Ah, ich schwöre da. Da. Zack. Zack. Jetzt ist er hin, glaube ich. Na, endlich. So, wo ist mein Hammerlein? Ich muss reparieren. So, geht nicht. Ich denke schon, hm? Jetzt aber. So. Äh, was? Ach so, raufklettern, ja. Ähm. Ich wollte nur mal schauen. Zwecks reparieren. Ob schon wieder was anfällt. So. Schaut, glaube ich, okay aus. Passt. Äh. Äh. Wir werden gleich mal das Gemüse wieder ernten. So. Und die Haif... Die wollte ich jetzt so nicht essen. Scheiße, ich wollte sie drauflegen. Er hat es gerade nicht genommen. Ja, hust halt. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es braten. Wääh. Jetzt habe ich die Haifisch-Dinger allein. Äh, wääh. Naja. Ja, friss halt. Hast du recht. So. Ich wollte die braten. Wääh. So. Ja. Ui, eine Insel. Da muss ich hin. Nein. So. So ungefähr. So. Immer schön dorthin. Ach. Hui. Das eitert in Arbeit aus. Ich bin auch am überlegen, die Stiege wegzureißen und sie hier hinzubauen. Ähm. Wäre vielleicht klug. G'schuh. So. Okay, jetzt war mal Ananas. Hammer. Sämlinge bekommen. Das ist sehr gut. So. Und einmal Süßwasser. Zack. Und. Salzwasser. Und. Zack. So. Ich hätte dann auch gern mal ein bisschen eine Ordnung, ehrlich gesagt. So. Eins, zwei, drei. Einmal Wasser. So. So. Wo sind wir? Wo ist die Insel? Ah. Ah. Komm ich hier schon hoch? Ah. Ich stecke schon wieder fest. Mann ey. Ich muss das dringend umbauen. Weg da. Halt. Alter Schwere. Geht sie das jetzt noch aus? Bleibt sie stehen? Es bleibt stehen. Okay. Pfui. Alter. Jetzt wäre ich fast an der Insel vorbeigefahren. Das wäre natürlich nicht Sinn und Zweck. Ich möchte gerne eine Wand bauen. Ähm. Das sollte eigentlich schon so genügen. Und ich möchte gern. Wo ist sie denn? Eine Leiter hier. Die baue. Die reiße ich weg. Die da drüben ist. Passt das so? Warte mal. So zuerst vielleicht. So. Und jetzt die Leiter. So. Jetzt glaube ich passt's. Ja. Komme ich da rüber? Oh Gott. Nein. Natürlich nicht. Ist eh klar. Da muss ich noch was bauen. So. Und zwar noch den Boden. So. Und so. Jetzt könnte es was werden. Ja. Jetzt ist was geworden draus. Sehr gut. So. Wir werden natürlich gleich die Bäume fällen. So. Passt. Dann. Mit den Blumen warte ich noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall nehmen wir die Ananas mit. So. Ach. Das ist wie eine Möwe da unten. So. Gelbe Blümchen. Alter Möwe. Geh nach Hause. Ha. So. Da noch Mango. Ich mach jetzt so lang bis die Axt kaputt ist. Weil dann können wir die Metallachs probieren. so. 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 So, so, so. Schwarze Blume brauchen wir eigentlich nicht. Weil Blumen haben wir eh genug. Blaue Blume. Haben wir blaue? Ich weiß es nicht. Die nehm ich mal mit. Bei die blauen Blümchen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Heuere Ka. Jawohl. Einmal Tauchstation. So, ich hoffe, dass... Ja, es war klar, dass uns der Haifisch attackiert. So. Wir haben jetzt ein bisschen Schrott noch eingesammelt. So. Ui. Ach. Gut. Blümchen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch. Blaue Blumen. Samen zumindest haben wir. Jawohl. Hätten wir da blaue Blumen. Ich war mir nicht mehr sicher. Ja. Okay. Ähm. Na, ich will nicht sitzen. Ähm. Ich will nur unser Essen verstauen. Und die Sämlinge auch. Gut. Sehr, sehr gut. Ähm. Was haben wir hier noch Tolles? Passt. Ähm. So, das sammeln wir noch schnell ein. So. Ähm. Gut. Wir ernten hier mal schön sauber. So. Setzen wir da Neues ein. So. Hier möchte ich dann mal probieren, ob wir hier mit diesen Bären... Oh. Sie sind sehr rot und sehr giftig. Aha. Kann man damit hier was anstellen? Na. Sie sind sehr rot und sehr giftig. Vielleicht kann man daraus Farbe machen. Hm. Das Zeug. Ich möchte auf jeden Fall tauchen gehen. Aber wir sind ein bisschen angeschlagen. Ähm. So. So. Ähm. Das ist aber nicht so gut. Dass wir am Frecken sind. Was möchte ich jetzt noch machen? Warte. Ich wollte... Ach ja. Die Sämlinge wollte ich in Sicherheit bringen. So. Dann wollte ich jetzt noch schnell die zwei Bäume fällen. Kann ich das trinken? Ich trinke einmal. Weil wir sind durchstiegsschwörer. So. So. Alter. Man ist den ganzen Tag nur beschäftigt im Kreis zu rennen, ne? Hm? Ja. Auf jeden Fall möchte ich gerne da oben ausbauen. Ich werde auch diese Leiter, so cool sie hier auch ist, werde ich nochmal... Also diese Treppe werde ich zerstören. Und ich bin am Überlegen, sie hierher zu bauen. Ähm. Damit wir hier rauf können. Leiter haben wir eh genug. Die mache ich jetzt auch mal kaputt, weil die sind hässlich. Ohne Ende. So. Weil da haben wir eh das hier. Unser Gestell. Ähm. Was ich jetzt noch bauen möchte, wäre hier noch eine Wand. So. Weil ich hier testen möchte, ob es an der Wand liegt, dass wir hier so schlecht weiterbauen können. Quasi, dass es so... Wie soll ich das sagen? Dass es so ein Bausystem ist, wie man es vielleicht eventuell von Sims zum Beispiel her kennt. Das heißt, es wird dir reichen, wenn ich die hier kaputt mache. So. Dann hier noch eine Wand aufziehe. So. Und jetzt da den Boden versuche. Tatsächlich. Ich glaube, das klappt jetzt wirklich, wenn ich es zum Anklippen bringe. Ja. Mhm. Ist das wirklich eine Sache der Wand? Okay. Ich glaube, das schaut schon schön aus so, ne? Wobei, so originale Fenster wären vielleicht noch schöner. Aber ich finde das jetzt mit dem Zaun derweil einmal zumindest gar nicht so hässlich. Hier wäre vielleicht noch schön gewesen, Fenster zu haben. Warte. Ich hau jetzt mal einfach unser Baumaterial weg. Das ist okay, ne? Würde ich sagen. Oder sollen wir es grün machen, so wie hier? Im Schlafzimmer. Na. Machen wir es hölzern. So. Und hier vielleicht auch noch eins. Da. Mhm. Ich komm schon. Ich helf dir. Schau. Und das tun wir gleich reparieren. So. Scheiß Haifisch da. Und die haben die... Also ich hätte auch gerne mal Lust... Also ich hätte Lust auf ein Hühnchen. Was meinst ihr? So eine Möwe gebraten? Das ist sicher nicht schlecht. Scheiße, brauche ich dafür eh die Pfeile. Ich habe schon weniger Ananas-Sämlinge bekommen. Aber ich möchte eh was probieren. Und zwar... Ah, da habe ich es ja. Halt. So. Ob die hier... Hm. Na, die kann man nur essen. Die kann man nicht anpflanzen. Das ist komisch. Jo, geht halt nicht, ne? Dann machen wir halt nochmal. Warte, Wassermelonen möchte ich gerne probieren. Gehören die hier rein? Ja. Die gehören hier rein. Okay. Das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Jetzt habe ich mal zufällig dran gedacht. Das war wirklich nur ein Zufall. So. So. Äh. So. Dann selbstverständlich hier hinten. Bewässern. So. Und da muss ich tauchen, weil ich glaube, wenn ich richtig Glück habe, ähm, gibt es da unten Seetang. Das da. Ich hoffe halt, dass das klappt. So. Dann was essen vorher wäre noch nicht schlecht. Ähm, dafür tun wir die Seemlinge tauschen. So. Mahlzeit. Das Wasser ist fertig. Das freut mich. Gehen wir gleich gießen. Hoppala. So. Uah. Oh. So. Und für uns noch einen Schluck. So. Okay. Wir sind genesen. Ich rüß gleich mal mein Stecken hier aus. Und ich gehe kurz mal baden. Ich hoffe, dass der Haifisch uns nicht bemerkt sofort. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, das gelingt uns jetzt. Ich möchte gerne mal wieder so einen, so einen Klipper gerne haben. Oh, voll erwischt. Ich habe auch keine Ahnung. Ich muss wieder auftauchen. Mal wieder heilen inzwischen. Ich habe auch keine Ahnung. Da wäre so ein Haifischköder nicht schlecht. Was ist denn das jetzt? Eine Muschel haben wir hier bekommen. Riesenmuschel. Eine große Muschel. Und was kann ich mit der machen? Kochen oder was? Die habe ich jetzt einfach so gefunden. Ich will jetzt gerne mal schauen, ob man sie erforschen kann. Tatsächlich. Vogelnest. Herr auf. Ein Platz für Möfen zum Ausruhen und Eierlegen. Achtet darauf, Abstand zu halten, da Vögel leicht Angst bekommen. Das ist ja noch geiler. Ich brauche noch so eine Muschel. Fällt das unter Essen? Das Vogelnest. Schaut nicht so aus, oder? Fällt das jetzt unter Essen? Vogelnest. Ja, das ist halt schon geil. Ich hoffe, er kriegt noch irgendwann so eine Muschel. Da ist er. Noch hat uns der Saukerl nicht entdeckt. Oh, oi, oi, oi. Ah. Das dauert viel zu lange, bis ich das ausgerüstet habe, ne? Oh, oi, oi, oi. Ich sauf ab. Ich sauf ab. Ich sauf ab. Geh jetzt, Belch hängen. Belch hängen. Das ist eh logisch. Ah. Puh. Ah. Geh Dreck. Gibt es da so eine Taucher? Ich glaube, Tauchausrüstung gibt es tatsächlich, glaube ich, ne? Geh weg. Tauchausrüstung gibt es ja tatsächlich. Hier, mal die Flossen zum Beispiel, ne? Und wie zum Teufel stelle ich eine Schmelze her. Da bräuchte ich auch so einen blöden Bauplan, ne? Hm. Sind wir genesen? Na. Ich iss mal was. Ah. Das war jetzt echt wieder Zocki-Meisterleistung. Anders kann man das gar nicht formulieren. Was soll ich denn da bekommen? Ton. Oh. Warte kurz. Erforschen. Tonschale. Eine sehr gute Schale. Lernen wir das doch mal. Okay. Die muss aber noch gebrannt werden dann eigentlich, ne? Wenn man es ganz genau nimmt. So. Ein bisschen Kartoffeln. Ein bisschen Blanke habe ich keine mehr. Genau. Das ist nur mehr das bisschen, was wir hier haben. Dann würde ich sagen, einmal lecker essen. Dann auch noch ein bisschen hiervon. So. Ui. Gleich sind sie fertig, die beiden. Hier dürfte schon fertig sein. Genau. So. Und so. Und so. Ah. Ich habe die Blume geerntet. Oh nein. Mist. Die muss ich anders hinsetzen. Mal. Alter. Dieser Haifisch macht mich krank. Wo ist er? Da. Vor allem immer, wenn ich zustelle. Der Erste geht sowieso daneben, ne? Ah. Bin ich jetzt schon bald gesund? Das gibt es ja nicht. So. Das ist voll Stress, ey. Voll der Stress. So. Die Blume kann warten. Die kann man auch später. Dass das hier kein Seetang ist. Schon ein bisschen komisch. Und das mit dem Haifisch verstehe ich auch nicht so ganz. Ui. Ich muss auftauchen. Wie man den attackieren kann. Ich habe es doch mal gesehen, dass es mit dem Speer gehen soll. Ich bin wahrscheinlich zu langsam. Ich habe einfach nur zu schlechtes Timing. Das wird sein. Boah. Das ist jetzt echt. Ja. Das ist Zocki-Spezial. Tapsel, Tapsel, Tapsel. Da oben sehen wir ja... Oh, ich habe einen Mangobaum übersehen. Sehe ich gerade. Das geht nicht. Also das geht zu weit. Das geht zu weit. So nicht. Da ist er. So geht das nicht. Ja, passt. Die ist mal hin. Jetzt können wir die neue nehmen. Da. Ja, die geht echt schneller. Sehr, sehr gut. So, aber jetzt hätten wir alle, ne? Ich glaube schon. So. Sieht man den Haifisch irgendwo? Boah, jetzt ist der Batsch wieder gleich vorbei. Da drüben ist er. Wir wären auch einigermaßen gesund. Das heißt, ich könnte nochmal probieren. Hier rüber. Aber ich fürchte auch hier. Oh. Gibt es nichts Gescheites für uns. Aber was ich halt ganz dringend gebraucht hätte, wäre halt dieser Seetang, ne? Aber das ist scheinbar nicht möglich, den zu bekommen. So. So. Naja, wenigstens haben wir die Muschel schon mal, ne? Das ist ja schon mal was wert. So, einmal, zweimal. Wir haben Wassermelonsamen bekommen und ein Ananassamen. Das ist gut. Dann können wir einmal das und einmal das machen. So. Mit. Ja, ich würde auch sagen, dass wir jetzt wieder weiter segeln. Ähm. Weil hier an der Insel da, glaube ich, ist sonst nichts mehr. zu holen. Also schon noch ein bisschen Schrott und das könnte man schon noch holen und sammeln. Aber, ja. Ich glaube, können wir es gut lassen. So. Dann würde ich sagen, stechen wir wieder in den See. So. So. Laternen wollte ich bauen. Planken fehlen noch ein paar. Dann hätten wir es schon. Mhm. Ja. Ich würde sagen... Oh. Ich nehme mal kurz die Segel in die Hand. Und steuere mal darüber. Was willst du denn schon wieder? Zwecksbogen. Ich habe schon wieder vergessen. Ach ja, dieser Klipper. Vergiss den Bogen. Ich habe nichts gesagt. So. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen fischen, ne? Wie schon angekündigt so lange. Einen Fisch machen wir mal. Zack. Ich glaube, ich weiß noch, wie das geht. Linke Maus dazu war es, glaube ich. Yeah. Bravo. Was haben wir gefangen? Einen rohen Herding. Sehr gut. Einer geht sich noch aus. Einen Fischi. Und dann beenden wir den Part. Vielleicht fangen wir ja den Haifisch. Den Trottel. So. Perfekt. Haben wir ihn erwischt? Ja, haben wir. Und zwar eine Makrele. Passt. Hier werde ich mal die Planken hinsetzen. Und gleich den Fischbraten. Hier werden wir noch auf die Kartoffel warten. Und dann werden wir auch da den Fischbraten, würde ich sagen. Dann hoffen wir, dass wir da ein paar Planken kriegen. Ich muss das Segel wegtun. Alter. So, ich hoffe, dass die Richtung jetzt einigermaßen stimmt. So. So. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.